Auch online spielst du Lord of the Oceans auf 5 Walzen mit bis zu 10 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes und die Anzahl der Gewinnlinien. Bei Stargames kannst du online mit echten Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn auch hoch spielen. Rot oder schwarz. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf Casinoverdiener.com. ament S özetl ich ab 20 Ritel 8 Klicke jetzt bei cardin am Prezept installiert. Soh!